An diesem wunderschönen Feiertag begrüße ich euch herzlich zu Syndicate und das nicht nur eine, sondern heute ausnahmsweise zwei Folgen. Heute gibt es eine Doppelfolge, das ist klar, habe ich gestern angekündigt, das wird heute natürlich auch gemacht, hehehe. Aber ich dachte mir, ich nehme mir auch noch eine kleine Zeit, um euch darauf hinzuweisen, Oktober heißt auch, dass dann November bald da ist. Und im November habe ich natürlich zwei Spiele, die ihr aussuchen könnt oder dürft, die ich als erstes zocken soll. Klar, diese zwei Supertitel werden sofort gezockt, aber erstmal möchte ich, dass ihr euch einen aussucht und ich kann euch verraten, bei Halo 4 wird das sogar ein Together. Ja, das zocke ich nicht alleine, das zocke ich mit einem Kumpel, vielleicht auch noch eine andere Person, wer weiß. Jedenfalls könnt ihr das tun auf meiner Playlist bei Let's Info, das zweite Video. Einfach nur anhören, geht nur circa fünf Minuten oder, ja, doch, circa fünf Minuten, dann dürft ihr wählen. Würde mich freuen, wer ihr das machen würdet. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt erstmal mit Syndicate weiter. Ja, der eine würde sich sogar bestimmt freuen, dass es heute zwei Folgen gibt, hehehe. Und nicht nur, wenn man sich andere, sogar auch ich. Keine Ahnung. Oh. Ah, was ist das? Schön. Schade, dass es kein Flüssigschickschock ist, das wäre irgendwie so etwas geil. Irgendwas im Einfliehen. Es gibt sogar nicht was zum Einfliehen. Na, egal. Ah, erstmal bist du weg vom Fenster. So. Oh, ich liebe diese Waffe, die haut ja richtig rein. Ich glaube, mit der kann ich bis jetzt am besten umgehen. Jetzt schon viel Feuer? Ne, ne, das spare ich mir mal auf. Ach, da oben. Okay, 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 ganz ruhig. Ich möchte eigentlich auch mal Suicide haben. Schalldämpfer? Wo kommt der denn jetzt her? Oh, wie geil ist das? Okay, kann so erst gleich. Fuck, ich bin ver... Ab mit mir. Okay, eigentlich hab ich noch jetzt. Na, Kampf aber anscheinend habe ich geschlagen. Ist ja auch geil. Kommt der Schalldämpfer jetzt her? Habe ich ihn jetzt aufgesetzt? Ja, den habe ich aufgesetzt. Stark. So lieb ich jetzt schon mit dem Schalldämpfer. Ööö, wer wird denn hier aber direkt hier rumballern? Ja, ich auch. Einfach alles mal auszauern einfach. Ja, das ist jetzt die Beste, die ich hier habe. Er hat mich auch gerade so schön an einem Game, wo du mit so einem kleinen Minigun rumläufst. Na, betäubt das jemanden? Ja. Oh, siehst du auch. So, schnell in Deckung. Der Scharfschütze geht mir jetzt ziemlich am Peks, aber der ist jetzt mit dir. So, ich meine, ein kleiner Revolver ist cool, aber nur Scharfschützengewehr habe ich bis jetzt nicht rumhantiert. Gucken, wie das wird. Wenn ich mal treffen würde. Ich rüsste mal doch Fehlfeuer aus. Wer weiß, ob ich das noch bebrauchen kann. Das wird mies, das wird mies. Ah, umzingelt. Das ist kacke. Ja. Wir runden das heute mal mit einem Fail aus. Aber richtig stark mit dem Schalldämpfer. Finde ich gut. Alles klar. Och, ist ja nicht so weit. Gefällt mir jetzt auch. Ja, wo seid ihr, Freunde? Haha, direkt weg, die Semmel. Ja. Ey, nicht mit gerechnet, oder? So, schnell. Den Dart. Komm, 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 komm. Okay. Ich habe beide mischt. Tja, im zweiten Anlauf funzert eben halt besser. Da war doch aber einer mit einem Schild, oder irre ich mich da? Okay, der hat sein Schild fallen gelassen. Gut. Mal ein bisschen Munition einsammeln. Äh, jetzt ist das mit dem Scharfschützengewehr ein bisschen wenig. Das macht ja nicht so mal. Wie viele Munition habe ich denn jetzt hier? 284. Uhu. Äh. Ah, das ist im Scharfschützenmodus und das anscheinend. Ah. Stark. Gut, gut, gut. Jetzt erstmal hier rein. Aufzug nutzen. Das war ein organisierter Hinterhalt. Spuren deuten auf Kooperation des humanen Objekts Lillydrawl mit den Radikalen hin. Klarer Entlassungsgruß. Der Aufzug wird abgeschaltet. Du sitzt fest. Okay. Erstens höre ich noch den Aufzug. Zweitens finde ich das ziemlich kacke, dass sie uns wieder bescheißen tut. Was ist das für ein Scheiß? Die Olle, ey. Ach, erstmal hier rauskommen. Ah, so schwer ist die Luke nicht. Und. Hupp. So, dicht. Gut. So ein kleiner Grafikfehler. Ja, mit dem Licht. Hm. Wo muss ich jetzt da hoch? Ich liebe es. Jetzt bin ich wieder total verpeilt. Hö, hö, hö. Ähm. Ja. Ach. Mach die Euglern auf. Los. Bei drei. Eins. Zwei. Drei. Ich finde es nicht gut. Ist düster, aber er muss hier sein. Scheiß, dass ich nicht Suizid habe. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen. He, he. Aber egal. So. Durchbrechen. Brech gleich durch. Erst will ich eine Munition einsammeln. So, und jetzt. Ein durch. Klack. Hm. Eine schöne kleine Schleichaktion. Okay, okay. Kilo Weitsprung. Und. Hupp. Tja, das gibt Gold. Ähm. Achso, ich muss. Das war gar nicht duken. Mach was anderes. Und hier lang. Ach, schöne Bulle. Eigentlich, wie kommen die hier in den Schacht. Was trinkt denn hier? Ah, hat sich aber einer richtig gemütlich gemacht. Ah. Durchbrechen. Äh, durchbrechen. Blüpp. Blüpp. Wann. Wer würde denn hier gleich in der Luft gehen? So. Du lebst noch. Hälst nicht mal. So. Fehlfeuer ging leider nicht so ganz auf, wie ich es mir gedacht habe. Okay, okay, okay. Ich glaube, das wird gleich bescheiden. So. So, eben. Entdeckung. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben. Nein. Ah, komm, geh doch durch. Ah, doch nicht jetzt das Telefon. Wer ruft denn eigentlich um diese? Das heißt, ich will mitten am Morgen und ich will halt schon eine Frechheit, dass manche Leute echt meinen Anrufen zu suchen. Also, außer wenn es die Familie ist. Da bin ich wirklich human. Und wegen morgens früh anrufen. Also. Das sieht man oft am Wochenende, dass einer meiner Kollegen anrufen, ich natürlich total verschlafen wach werde, die natürlich frage, was ist los? Und die sagen, ich rufe dich gleich an. Stromnetzregler in Umgebung gefunden. Ja. Solche Sachen gab es. Oder gibt es teilweise immer noch. Tierisch witzig. Äh, ja, gibt es aber zwei Sachen jetzt. Ich glaube, erst mal zum... Das ist der Stromregler. Ja, einmal Power. Zack. Hatte ich jetzt eine Granate aufgesammelt? Wo ist die denn? Nee, bald ein Schalter im Vertruff. Hm? Ah, nee, stimmt ja. Kann ich als Munition nur aufsammeln. Witzig, wa? So, dahin. Komm, jetzt, als wirst du jedes Mal das Ding nachladen. Tut sich noch was? Okay. Analysiere. Ja. Okay. Ich müsste jetzt aber einiges an Munition für den Scharfschutzgewehren haben. Ja, 14 ist okay. Nein, ist ja noch human. So, Strom einschalten. Norma-Schalter umlegen. Äh, das gefällt mir jetzt nicht. Okay, 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 okay. Kannst du ja gucken, komm. Äh, nein, nein. Bam! Bitte ins Gesicht. Eigentlich eher am Kopf. Äh. Wo hatte ich mich jetzt erschrocken? Ich dachte schon, das ist eine Presse. Boah, ey. Ah. Ab. Ja, ich finde, Keylor hat immer noch geile Handschuhe und die Klamotten sind bestimmt auch geil. So. Oh. War ich das etwa? War ich das? Da steht doch gerade was. Verwenden. Okay. Ah. Bis jetzt schlage ich mich gar nicht mal so schlecht durch. Wow, 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 wow. Ah. Warte, 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 warte. Zack. Ich wollte gerade so ein bisschen angehen. Ja, ich finde, das war schon cool genug. Ja. Muss ja jetzt nicht so ganz souverän erscheinen. Wow, wow, wow. Ey. Seid ihr des Wahnsinns. Kein Strom. Es ist die Schwerung. Schon wieder kein Strom. Ich muss mal noch ein Elektriker. So. Ah, die Leute wollen mich ein bisschen aufhalten, merke ich. Immer mehr und mehr. Vor allem, dieser Dr. Drawl hat ja Schuld. Ich sehe eine Finger kriege, du. Ähm. Ja. Ja. Ja, ihr seid irgendwelche Raudi-Solat. Oh, was haust du mich? Ich hau zurück. Arschloch. Ja, bist du. Bist du, wahnsinnig. Du jetzt auch noch. Meine Fresse. Jetzt stimmt hier einfach um. So. Schon wieder Schalter umlegen. Also heute muss ja sehr viele Schalter umlegen. Ich werde noch. Wer glaubt, wo kommt ihr denn alle her? Ich hoffe es noch. Ich hoffe es noch. Okay. Ich hoffe es noch nicht mehr so viele. Äh, warum schließe ich schon? Zack. Zack. Kurze, kontrollierte Schüsse. Das war auch Dreck ins Gesicht. Oh. Geht dir heute heiß her. Okay, okay, okay. Kann ich ihn weiterverwenden jetzt? Ach ne, Quatsch. Da zeige ich mir noch was an. Was? Ne, ich hänge fest, oder was? Verarsch mich jetzt nicht. Ich hänge fest? Ist doch nicht wahr. So, jetzt ein schlechter Scherz. Ah, Halleluja. Ich dachte schon, ich hänge hier fest. Das wär's eigentlich noch. Das wär's. Okay, wo geht's lang? Da geht's lang. Modul aktivieren. Das, Leute. Mach ich gleich. Die erste Folge ist leider um. Aber gleich danach. Ich hoffe, mit dem Laden geht es schnell. Kommt sofort die zweite. Also bleibt dran. Und achtet drauf auf die zweite Folge. Bis gleich, Freunde. Nachdem.